Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play. Oh, danke online! Mein Name ist Michi, ihr schaut Michis Let's Plays. Und... Ja... Wie geht es mir denn heute eigentlich? Mir geht es heute eigentlich ziemlich gut. Was habe ich heute so erlebt? Ich habe das erste Mal Auto gefahren. Ja, ich mache ja gerade meine Fahrschule und so. Und... Durfte schon fahren! Wenn das nicht toll ist, dann weiß ich auch nicht. Und irgendwie... Irgendwie spielen wir gerade nicht gut. Oder haben wir einfach nur Pech. Ich glaube so eine Mischung. Ich glaube so eine kleine Mischung aus beiden. Und... Ja, und ich freue mich gerade richtig, weil... Oh Gott! Ich freue mich halt einfach gerade richtig, weil... Ich einfach... Noch nie gefahren habe und... Es hat ziemlich... Es war ziemlich aufregend. Es war ziemlich, ziemlich aufregend. Oh Gott! Oh Gott! Du bist ein Gegner! Oh Mann! Wegen mir verlieren wir noch! Oh nein! Stirb doch endlich! Danke! Wir haben einen Typen getötet. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Bitte ihn, aber nicht mich. Oh Gott. Oh yes. Oh, wir dürfen uns heilen. Okay, perfekt. Willkommen voran. So, wir haben jetzt noch einen. Okay, jetzt sind wir tot. Hm. Interessant. Okay, wir haben jetzt ein bisschen aufgeholt. Oh Gott. Oh nein. Wir haben ihn noch erwischt. Was war das? Woher kommt der Typ? Habt ihr ihn gesehen? Interessant. Wir verlassen mal die Schlacht, weil ich sie nicht mag. Ah, die mag ich auch nicht. Ich bin nicht in der doofen Maps. Oh nein, das ist eine scheiß Map. Da wollte ich doch nicht hin. Habe ich mich so krass verguckt? Ich finde die Map echt doof. Oh, wir heilen uns. Damit hat er nicht gerechnet, oder? Denn er ist schlecht in Mathe. Oh nein. 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 Oh kacke. Aber wir haben keinen Ton an. Oh. Deswegen haben sie so schlecht gespielt. Jetzt liegt er auf dem Dach. Der ist tot. Oh nein. Der hat sich auch weggeportet, ne? Ich hole die Heilung. Oh. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe und kann die Heilung noch holen. Komm, komm schon, komm schon. Ich brauche die Heilung. Aufwand. Wohin. 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 Ich lebe. Wohin. Gott, ich würde sterben Die Waffe mag ich nicht, das ist ja die Magnum Und die ist irgendwie so voll Keine Ahnung, ich weiß nicht wie man damit spielt Aber ich finde es schon irgendwie gemein Dass man halt quasi von jeder Perspektive austreffen kann Vor allem weil die so einen unfassbar fetten Radius hat Oh, Critical Treffer Oh nein Oh, was Halt dich von mir fern Halt dich von mir fern Nein Nein Oh, ich finde die Map kacke Ich mag es hier nicht Ähm Oh, blablabla Oh, blablabla Erwischt So Oh, ich mach so wenig Schaden auf Abstand, ne So unfassbar wenig Nicht nur wenig wenig, sondern unfassbar wenig So wenig Man sollte ausweichen, bevor wir nochmal von hinten einen Angriff bekommen So Der nächste ist erledigt Und jetzt machen wir auf ihn fertig, ne Oh Gott Oh Gott Wir haben über... Oh Gott Oh Gott Oh no Bam 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 Auf jeden Fall haben wir... Oh Gott! Oh Gott, weg, weg, weg! Yes! Okay, mal gucken, wie lange wir es überleben. Oh, vielleicht können wir runterspringen. Bam. 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 Oh nein! Mann! Wieso versaust du mir alles? Ich treffe nicht! Warte, warte. Ich habe einen Plan. Mist! Der ist ganz schön schief gelaufen. Wir sind an so einen Platz gef... Wir haben ihn in die Luft gejagt. Mit unserer Mine! Man, ich lenke mich so krass ab. Das ist unfassbar. Ich habe ihn in die Luft gejagt. 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 Also, ich habe ihn in die Luft gejagt. Ich habe ihn einfach nicht. Ich gehe einfach, dass du dich... ja die map ich will die map spielen ich spiele die ganze zeit so mit irgendwelchen maps aber die wiederholen sich ziemlich 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 heftig und die sogar gerade selten geworden auch wenn sie früher öfter gespielt wurde also ich habe sie früher richtig oft gespielt dass ich so richtig komisch das schätze das andere die ganzen anderen maps spiele die irgendwie so auf schafft raygun so ausgelegt sind also diese für die bessere entfernung oder wie sage ich das am besten aber maus zeiger weg wissen im gegner begebild aber der hat uns trotzdem erwischt okay okay jetzt erwischt perfekt ich muss aber zugeben ich mag ich mag hier die das blaue team auch mehr da fühle ich mich wohler lag 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 weil das ist irgendwie trotzdem die gebieter blauen aber wir können sich hier hinstellen und hier so ein bisschen schießen warte wir drehen den panzer damit wir okay da ist einer da hinten ist einer ich mag den platz hier aber wir sollten auf den heiler schießen gott der wird uns wo das war ein bisschen zu weit bro oh gott wer hat geschossen wer hat geschossen ja komm schon komm schon ich lasse mich die ganze zeit ablenken ich rede schon die ganze zeit darüber dass ich fahrprüfung mache gerade auf jeden fall ich durfte das erste mal fahren das war dämlich so in einem sind jetzt okay wir sind jetzt in unterzahl nein ich mag es nicht in unterzahl zu sein das ist doof wo okay denkt er dass wir da raus kommen war dann auf ihn yes yes und noch ein yes und noch einmal jawohl der ist tot okay ich balle auf ihn hier der hat keine drogen ne oh gott was soll ich denn schon machen man die sind hier jetzt mit full drug alle in unserem gebiet das ist doch das doch lehm es ist ohne miss wie soll ich das schaffen wie soll ich denn das hinkriegen oh du bist jetzt wirklich stolz darauf dass du so viel gekillt hast ne ja du bist deine mutter ist stolz auf dich ne du missgeburt alter na jetzt wer bist du wer bist du wenn deine drugs leer gehen wer zur hölle bist du eigentlich alter so ne missgeburt ja worüber ich eigentlich mit euch oh gott woher kommt der rote strahl woher kommt der rote strahl von diesem wichser hier na laser mich nochmal irgendwie an oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott oh ja wow wow wir haben es überstanden das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht aber wir haben es geschafft und da hinten ist wieder dieser typ der drugged und da und da und da und da und da für was haltet ihr euch eigentlich und du bist ja auch voller drogen hier wollen wir doch verarschen ne oh blu du siehst mich oh klar Ja, klar. Wir sind wieder in Unterzeit. Das ist shitty as fuck. Gott, Gott, Gott. Was soll ich denn? Wie? Wie hätte ich mich retten können? Na, du Held? Gott. Und du auch noch? Lass mich verarschen. Was machst du? Ach so. Okay, warte, warte. Ich springe auf dich drauf. Oh, yeah. Oh, Gott. Ja, was? Wollt ihr mich verarschen? Warte, ich war in deren Gebiet. Da bin ich sicher. Alter. Das ist ja unfassbar. Ja. Das ist einfach nur unfassbar. Unglaublich. Unglaublich. Wirklich. Ihr seid traumhaft. So macht das Spiel Spaß. Das ist Spielspaß. Das ist Spielspaß. Ich weiß nicht, wie ich ohne Tank leben könnte. Mit so einem massigen Spielspaß. Ja, klar. Was ist denn sonst? Ja, klar. Was ist denn sonst? Gehen wir mal rein. Was ist das für eine Map? Die kenne ich noch nicht. Oder kenne ich sie doch? Wer weiß. Ach so, das ist die. Warum hatte sie so ein episches Bild? Nein, das ist eine andere. Die kenne ich nicht. Das ist eine andere Burg. Wir sind in Überzahl. Die Runde wird beendet. Oh, ich habe keine Belohnung bekommen. Das ist ja zu beschade. Und du? Wohin willst du? Wohin willst du? Die feindliche Flage. Sehr schön. Das hast du fein gemacht, ne? Du Nummer. Kaka King. Das ist ja aber auch ein krasser Name, ne? Ich wollte euch... No, ich hätte nicht den Helden spielen sollen. Das war ein Fehler. Merkt euch, Giddys. Spielt nie den Helden. Ihr stirbt. Ein Held zu sein ist ein undankbarer Job. Spielt nie den Helden. Versteckt euch in eurem Loch und schießt von dort aus. Oh, Mann. Er hat mich doch mit Absicht abgedrängt. Okay, da oben ist eine... Doppelte Schadenkiste. Nein, du bleibst schön da. Ich habe die Farbe auch. Jetzt ist unsere Kiste weg. Und das alles... Alles wegen dir. Was? Hat nicht gewirkt? Hey, du da. Oh. Was ist eigentlich, wenn ein Isida einen anderen Isida angreift? Und diese gegenseitig so vollsaugen, ne? Stirbt irgendwann jemand? Also wenn... Oh, Gott. Oh, Gott. Kacke. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Und dann... ermordet. Dann. Dann. Da. Und du nervt mich auch nicht. Shit. Das ist doof. Echt dumm gelaufen, Bro. Och nein, jetzt hat er auch ihn noch ermordet. Warte. Wir sollen jetzt uns töten. Wer tötet uns jetzt? Ja, komm. Er weiß, er ist ja um Liebe, oder? Willst du mich töten? Er hat mich zurückgeschoben. Oh, da sind wir jetzt so weit gekommen, da hätte... Hey, kannst du mich scheinen, Bro? Danke sehr, Bro. Goldbox will be dropped soon. Das will ich aber hoffen. Ich mag Goldboxen. Die leuchten schön. Oh. Er hat ja vollkommen recht. Und wir wissen auch, wo die Goldbox abgeschlossen wird. Und zwar hier. Hm. Mein Platz. Mein Platz. Äh. Nö. Nö. Schaffen wir das? Nein. 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 Ich bin ein Ghost. Ich bin ein Ghost. Oh. Fünf... Woah. Das war... Oh Gott. Das war gerade witzig. Dude. Was ist denn paint? Was ist denn paint? Worüber reden sie? Ich hab keine Ahnung. Okay, okay. Wir müssen an ihm bleiben, weil er könnte den Stern aktivieren. Scheiße. Unser Teamkamerad ist tot. Okay, Bro. Oh, deine Farbe ändert sich. Wow. Faszinierend. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Name ist Michi. Ihr habt Michis Let's Plays geschaut. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Denn mir hat es Spaß gemacht. Ähm. Ich weiß nicht. Ich wollte euch eigentlich erzählen, wie ich heute meinen ersten Tag hinterm Steuer war. Ich hab heute zum ersten Mal gefahren. Das wollte ich die ganze Zeit erzählen, aber irgendwie habe ich mich die ganze Zeit ablenken lassen. Ich werde es wahrscheinlich einfach rausschneiden und den ganzen anderen Schlüssel reinschneiden. Und das nächste Mal erzähle ich, wie mein erster Tag als Autofahrer war. Auf Wiedersehen. Habt einen schönen Tag. Euer Michi.